Hallo Leute und zwar ich habe jetzt 110 Abonnenten und ja erst mal recht herzlichen Dank an euch und es tut mir wirklich leid dass ich in letzter Zeit kaum Zeit habe irgendwelche Tutorials zu machen und ja wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Tutorials schreibt mir eine PM in YouTube oder in ICQ die Nummer steht in meinem Profil und ja hier erstmal ein kleines Dankeschön Moment das hier wäre das Team Account den ich euch jetzt geben würde hat drauf Half-Life-Deathmatch, Lost Coast und Portal für Slice jo das wäre der erste Moment auch nicht VRC gebannt so so das hier wäre der zweite ein Augenblick oh lad doch mal zu so also der zweite hat auch nur Deathmatch und Lost Coast ich weiß es sind eigentlich soweit ich weiß kostenlose Spiele aber wie gesagt ich habe den Account Account wieder gesponsert bekommen beziehungsweise die Accounts und ja ich hoffe ihr habt Spaß mit den Accounts hier sind die Daten also bei den ersten Account mit Portal ist ORSTAR770PW Codesoft und der andere Fusion X92PW Trojaner okay ich hoffe ihr habt Spaß mit den Accounts das war's von mir goodbye und have fun